ja servus und habe dir willkommen zurück zu der legend of zelda breath of the wild wir machen weiter wir müssen immer nur den berg hier besteigen das haben wir jetzt glaube ich gleich drüber hoffe und genau die glutlinge müssen wir jetzt noch holen was haben wir gut sind der wald ach scheiße ach der wii schon nach kakariko zurückbringt okay ich habe mir schon dacht so hey so weit war doch der nicht weg ok weiß ich nicht haben wir mit einem schreien wenn wir schon gerade da sind das muss ich wieder einstellen das ist richtig das einstellen ist irgendwie ein bisschen komisch schreien wir mit irgendwann scheint nicht so zu sein pass auf ich muss ja jetzt hat diese andere quest noch mal machen die muss ich auswählen dachte schon oh man das ist ja gleich ist der expa wald haben wir aber nur dachte hey ok ich habe glaube ich sogar drei glutlinge war ja schon fleißig sammeln aber gut so läuft es halt dann mal was zahls ne was zahls okay das ist geil seltener pilz der nur auf guten mutterboden wächst er besitzt ein starkes aroma und hat eine als kochstasat die eigenschaft herzen über das maximum hinaus aufzufüllen was hältst du von der verbindung von hyrule handbuch und shika sensor nicht so wenn du wieder schreien suchen willst fälle von deiner karte aus erst den shika sensor und dann schreien ja kummer machen ach ja ich wollte noch wegen einer anderen sache mit dir sprechen wenn du etwas zeit hast sagen wir bescheid ja dann let's go wenn wir schon dabei sind ja ich habe einen tipp für dich der musik in deinen ohren sein sollte link ich kann dafür sorgen dass dein shika sensor plus mehr dinge finden kann hallo du darfst du hier ein bisschen überrascht sein nun vielleicht sollte ich es etwas genauer erklären während meinen forschungen habe ich bemerkt dass unser leitstein alte fotos enthält wenn du diese fotos extrahieren und deinem hyrule handbuch hinzufinden dann hast du es viel einfacher mit dem shika sensor plus nach dingen zu suchen wie einfacher naja einfacher halt ist dir vielleicht noch gar nicht klar wie praktisch der shika sensor plus ist in verbindung mit dem hyrule handbuch kannst du nun nach allem suchen wovon du ein foto registriert hast und mit hilfe unseres leitsteins können wir deinem hyrule handbuch fehlende fotos hinzufügen wofür wirst du bald jene gewünschte zutaten im hand umdrehen das könne auf deiner reise recht hilfreich sein oder soll ich noch einmal ausklären na passt schon alles gut gut dann setze am besten sofort deinen shika stein in den leitstein ein na gut vielleicht kriegen wir dann schon einige zutaten nicht das süße leitsteinchen einfach so benutzen zu lassen kommt mir irgendwie falsch vor aber andererseits bin ich auch sehr gespannt was passieren wird deshalb wollen wir mal eine ausnahme machen also dann dürfte ich dich bitte bitten den shika stein zu nutzen aber da habe ich wieder schnell gelesen vielen dank dann schalten wir mal den leitstein ein kachika das ist kachika das bin ich mal gespannt sind das vielleicht die sachen die ich schon entdeckt habe ich denke mal ich könnte es mir vorstellen melone okay das war alles echt jetzt das war alles a fucking melone wow das ist ja es scheint als hätte das hyrule handbuch verloren ist bisschen zurückgelangt das foto auf dem leitstein wurde in deinem hyrule handbuch übertragen das geht bei jedem bild nur einmal denkt daran bevor du bilder mit deinem eigenen mit deinen eigenen fotos überschreibst die restlichen lücken kannst du füllen indem du mit dem foto modul bilder aufnimmst oder mit hilfe des leitsteins das nächste mal wenn du leitsteinchen nutzen willst musst du aber bezahlen damit unterstützt unser institut wow ich soll zwar welt retten aber ich soll euch dann auch noch geld dafür geben die schefin hat gesprochen alter das was der ohr so bild muss ich dann zahlen weiß ich nicht okay pass auf ähm hier die karte wir gehen jetzt da mal in diesem wald da unten rein hab ich jetzt mal Bock ah da unten ist noch nicht aber da gibt es nämlich bestimmt noch ein bisschen was was wir da mal brauchen können hier zum beispiel maxi trüffel zeigt sie das und ja es ist dunkel okay es ist dunkel es ist halt echt nicht cool ah da haben wir noch Pilz und Schleichling ich will jetzt mal ein paar zutaten hier suchen zum glück blitzt ja alles ein bisschen wüstling da haben wir noch ein paar Schleichwürmchen Schleichwürmchen sehr schön da haben wir noch ah da sind die Glutlinge wollen wir es uns gleich mal wieder ah vogelkuh ruhig wegfliegen das ist okay für mich da haben wir noch ein maxi rüber sehr schön Glutling haben wir es eh schon wieder geschafft sehr sexy okay das schaut auch schon wieder interessant aus da hinten ich mag ja immer so versteckte passagen finden das ist glaube ich immer bock drauf nun gut nun gut jetzt okay das war eine spurtechse ausdauerschrecken das das ist das einzige fahre hier haben wir doch bestimmt auch noch irgendwas versteckt oder hier hundertprozentig da haben wir noch einen Schleichling ich mag alles mit dem weil wir werden es wahrscheinlich auch irgendwann einmal brauchen für Verbesserungen ich könnte mir vorstellen dieses Ninjaset ne was ich da ja hab dieses Outfit könnte ich mir wirklich vorstellen dass man da so eine Schleichlinge braucht damit man ist einfach verbessert ah ja da waren wir ja schon eigentlich da fahren wir kurz auf da haben wir nämlich gar nichts gefunden da waren wir da schon ich glaub bei dem waren wir na gut wir müssen jetzt zur Impa ah ja stimmt tatsächlich da oben haben wir ja gefunden also müssen wir noch Kakeriko let's go ah da ist ja die Ohne die wo so auf uns spinnt ne na dann guck mal na raus sollen ne ach so stimmt das ist ein Zeichen für Lagerfeuer ja das haben wir schon mal gesehen da oben waren wir ja schon deswegen können wir jetzt einmal da rum der See gehen ja das Dach sollte ich ja mal schauen vielleicht ist da irgendwas oben Hallo Impa tschüss Impa weiß ich halt gar nichts ah wirst du wirst du da haben wir vielleicht haben wir wieder ein neues Tagebuch äh einen neuen Tagebuch eintrag nachdem Linker seinen langen Schlaf erwacht ist scheint er seine Erinnerung verloren zu haben trotzdem war die Großmutter überglücklich ihn zu sehen so entzückt habe ich sie noch nie gesehen Links Erscheinungsbild ist überaus mannhaft er sieht genauso aus wie ich mir den Helden immer vorgestellt hatte oh die güldenen Haarsträhnen die über seinen edlen angespitzten Ohren fließen das gepflegte Haar mit den verwegenen Scheitel warum nur schlägt mein Herz plötzlich so laut an das weiß ich nicht das weiß ich nicht da ist sie kalt nix ich weiß nicht wohin ich sie soll da geht es aber auch nur da drauf boah boah okay warte mal ich gehe jetzt erstmal ins Lager vielleicht dass es am bisschen heller da drin ist Hier! Bis morgens! Weil... Ja! Oh, der Guckli! WTF! Ah, das war wieder Äpfel! Danke! Wo steht sie? Sie ist ja in der Kuckl. Was ist denn überhaupt da? Vielleicht sieht man wenigstens ein bisschen mehr. Nice! Hallo! Der schreckt mich doch nicht so. Was wollt ihr denn hier um diese Zeit? Was machst du? Ich? Ich schreibe auf, was heute alles passiert ist. Nichts weiter. Ihr... Ihr geht schon? Äh... Du schläfst nicht? Ich... Ich reinige das Juwel, um Großmutter zu helfen. Und ich kümmere mich um unsere Schutzgeister. Ich bete jeden Tag, damit unser Volk, unser Dorf... unserem Dorf nichts Gutes passiert. Bevor ich es merke, wird der Himmel im Osten auch schon wieder hell. Aber ich kann einfach nicht schlafen, wenn es so viel zu tun gibt. Aha. Ihr geht schon? Okay. Zeig mir dein Gesicht. Huch! Klebt mir etwa Reis im Gesicht. Ach, ihr meint sicher dieses Siegel, oder? Das ist so etwas wie ein Talismar bei den Chica. Alles andere, äh... Was alle in deren Adern das Blut der Anführungen fließt, tragen dieses irrenvolle Siegel. Aha. Das war's. Heute Nacht. Falt der Mitte Morgen. Ihr solltet schnell zu Bett gehen, um gesund und stark zu bleiben. Wieder schlafen. Ne. Na gut. Impa. Oho. Ich habe gehört, Pura hat dich für ihre Arbeit eingespannt, aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Zeldas Vermächtnis. Geschafft. Nice. Zeig mal her. Ja. Ja, das ist direkt vor dem Schloss, direkt vor den Eingangstüren Walt Disney's. Ne. Oh, diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Wenn du die Orte auf diesen Fotos aussuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm noch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Okay. Du willst mir irgendetwas geben. Kommen wir nochmal zu dir rauf. Vielleicht haben wir jetzt eine neue Option. Jetzt haben wir ja mit dir da gesprochen. Äh. Nein. Mehr geht da nicht. Also, pass auf. Ich habe nämlich schon mal so ein Ding gesehen, weil ich mir gedacht habe, so, okay. Wie ist der da, Schatz? Also, dieses... Das ist wahrscheinlich 1, 2, 3. Ich weiß auch nicht, wie es von der Erinnerung her ist, ne. Aber dieses Foto... Wir könnten schauen, ob wir das finden, ne. Weil, eigentlich ist ja hier... So, aber ich geh mal zum Turm des Plateaus. Ich weiß, wir haben den Ort noch nicht erkundet. Vollkommen klar. Ne. Aber vielleicht sieht man schon das, ne. Weil das Schloss ist ja direkt davor. Und davor ist jetzt ein Brunnen. Wunderlicher sei, dass da 100.000 Wächter sind und wir sterben. Aber vielleicht sehen wir doch mal was. Vielleicht erinnern wir uns doch wieder. Na, natürlich regnet's. Wie soll's anders das sein? Ja, da ist ein Schloss. Ach Gott, wenn das jetzt ein bisschen mehr... Und da sind so Heroinen. Seht ihr das? Da ist der Turm. Das ist übrigens nur ein Schrein, aber der ist natürlich sau weit weg. Also, wir können es mal probieren. Wir können einmal schauen, was passiert. Vielleicht, vielleicht kommen wir ja so rein. Ja. Vielleicht kommen wir ja bis zu dem Turm. Maybe. Ist das natürlich jetzt nur ein kleiner Versuch. Aber es wäre cool, schon mal gleich so das erste Foto zu machen, ne. Aber... Ich hab natürlich auch keinen Bock, dass wir sonst 1000 Wächter verfolgen. Oder so Kisten. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh. Ah. Da ist da was Cools drin, was ich zwar jetzt nicht unbedingt glaub, aber... Oh mein. Oho. Ein Opal, okay. Das ist mal überraschend. Also, wir müssen dann eigentlich direkt gerade aufs Schloss schauen. Ist doch nicht jetzt blöd mit dem Klettern, ne. Ah. Das ist die Frage, wenn man da gerade aufs Schloss schauen würde... Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Ja, da ist das Schloss. Schauen sogar grad ziemlich gerade drauf. Guck mal, das hat ja geheißen, dass vor dem Schloss ja sehr, sehr viele Wächter sind. Aber vielleicht sind es noch alle versteinert und wenn ich nicht nur dran bin, dann ist vielleicht alles gut. Maybe. Der kurze Fix, der... Ah. Hast du dir so gedacht, mein Freund? Also, mir geht es jetzt eigentlich nur darum, da dieses Foto zum Schießen. Mehr geht es mir gerade nicht. Aber keine Ahnung, ob da da nicht sogar... Wenigstens ist es wieder schön. Ja, nicht, dass da irgendwo ein Wächter ist. Kann alles möglich sein. Schaut auch interessant aus. Honig. Ah. Okay, krass. Okay, das war krass. Okay, okay, cool. Okay, das war neu. Aber jetzt war erstmal doch so, oh fuck, jetzt habe ich den Honig kaputt gemacht. Das haben Ruinen. Also, wir brauchen da irgendwie so... Mal schauen. Das ist auch schon wie so ein Brunnen, ne? Aber das schaut jetzt nicht unbedingt... Also, da sind schon Säulen. Wir können mal nur mal ganz kurz auf das Album schauen hier. So. Das heißt aber eigentlich wirklich nur ein bisschen Wald davor. Und dann sind das so Säulen. Wie mir kann das das schon sein? Oder ist es wirklich nur ein bisschen... ...da vorne? Schau mal, ich schau jetzt gerade noch mal... Ja, nein, das müsste doch schon da vorne noch irgendwo sein. Ah, vorne. Da schaut es so aus. Können wir probieren es einmal. Na gut, das Pferd hört mich wahrscheinlich sowieso nicht. Ah. Das steht halt irgendwo, das Pferd. Ich glaube, das steht nur in der Hateno am Strand. Naja. Muss Krabben fressen, ne? Da ist das da mitgemogen. Das ist jetzt natürlich auch schwierig. Ah, ich glaube aber nicht, weil... Das hat eher so nach Brunnen ein bisschen ausgestellt mit so einer Brücke. Ja. Gott, das ist mir... Ah, okay. Da haben wir schon Wächter. Scheint aber da friedlich zu sein. Ja, okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da war natürlich ein Turm, ne? Können wir später mal schauen, dass wir den aktivieren. Aber... Ja, ich glaube, wir müssen wir da vor. Ah, da sehe ich gerade nichts. Da ist nämlich nur mehr so eine... Ja... So eine Baumreihe, ne? Ach, da ist einer. Oh Gott. Ah, jetzt ist er weggeploppt. Easy. Er patrouilliert der da. Oh, da ist noch einer. Oh Gott, okay. Ich speier das mal kurz einmal. Ach, das ist mir schon... Wenn ich es zur Nummer... Wahrscheinlich kommt das gleich direkt ohne auf mich zu. Oh, die schauen auf jeden Fall noch ziemlich gesund aus, muss ich zugeben. Haben wir da einen Händler? Du lebst aber auch gefährlich, mein Freund, hm? Oh, wo ist das wieder? Kann das ein Krok sein? Nice. Also, ich nehme es gerne mit, ne? Ich habe mir später verbessern können im Wald der... Wie gesagt, im Wald der Krokseid, ne? Ah, wer ist denn da? Da war doch gerade was zum Thema. Ah, da. Ich bin mir jetzt bloß gerade am überlegen. Ich speichere mal nochmal schnell. Wie gesagt, ich traue diesen... Diesen Wächtern nicht. Aber der müsste ja eigentlich ja relativ nah schon dran sein, jetzt halt da bei diesem Bild. Schauen wir vielleicht auch, dass wir wirklich eins nach dem anderen mal machen. War nämlich schon cool. Dann kriegen wir die Story auch wirklich so in der richtigen Reihenfolge mit. Okay, aber da hinten, glaube ich, muss ich hier. Probieren wir es mal ja so. Oh, 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 oh. Okay. Ja, das schaut aber echt gut aus. Was ist diese Baumreihe? Ich muss eigentlich bloß dahinter kommen. Jo, oh, oh. Jo, oh, 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 oh. Oh, ich muss den Wächter aufpassen. Wen wir jetzt das Sauviewe, äh... Schleimschi wir jetzt gewesen. Oh ja, ich bin da richtig. Genau, da ist es. Haben wir diese Plattform. Da ist diese Baumreihe davor. Und da kann ich mich, glaube ich, immer erinnern. Aber mir werde ich jetzt da auch nicht machen, Leute. Weil ich glaube, ich bin da in einem Gebiet, wo ich noch nicht sein sollte. Große Maxi-Rübe. Diese Maxi-Rübe ist größer geraten als ihre Artgenossen. Als Kochzutat erhöht der reiche Nährstoffgehalt die Anzahl der Herzen über das Maximum. Das ist genau dieser Ort. Oh shit. Alter Festplatz. Genau, und hier kann ich mich erinnern. Nice. Das ist nämlich genau der Ort von dem Foto. Dann bin ich mal gespannt. Okay. Ah, ja. Da dämmert's. Held von Hyrule, vom heiligen Bandschwert erkoren. Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt. Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia. Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst, das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held. Du und das Bandschwert, ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein. Oh Mann, oh Mann. Geht's noch dramatischer. Was redest du da? Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter. Diese alte Zeremonie, dafür nachzueffen, war doch deine eigene Glanzidee. Das ist nicht so cool. Naja. Ja, so Zwischensequenzen, dieser Effekt. Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Bei ihr ist es kein Wunder. Er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie. Tja, er erinnert sie stets an ihr Scheitern. Also, ich erinnere es alle, weil an ihr Scheitern. Jetzt gehen wir natürlich auch wieder zur Impa. Die hat ja gesagt, sobald ich einen Ort gefunden habe. Jetzt will ich jetzt zu derer kommen. Oh ja, wir sollten dann wirklich zu der Impa. Oh. Der Wächter hat mich ins Visier genommen. Okay, alles gut gemacht, alles erledigt. Den Turm macht man jetzt nicht. Ja, also ich muss sagen, also dieser Unschärfeffekt ist so eigentlich ganz cool. Aber leider in Zwischensequenzen etwas störend. Muss ich zugeben. Aber das sind nicht lange Sequenzen. Aber schau mal, vielleicht macht man jetzt dann einfach ab der nächsten Folge aus. Mal gucken. Also. Das hat dann auch nicht schlecht ausschauen. Aber so. Weiß ich nicht, schwierig. Ganz schwierig. Das wäre ich schon cool gefunden, aber mei. Hilft ja nichts. Impa. Oh, sie ist wieder da. Schau mal. Link. Wie geht es euch? Kann ich euch irgendwie helfen? Du. Ich? Ihr wolltet was über mich wissen. Also, äh. Mein Name ist Paya. Ja gut, das war es ja schon. Das haben wir schon. Wo ist das? Genau. Erfahren wir das vielleicht jetzt? Link. Lass es doch darauf beruhen. Okay. Also wir brauchen ein bisschen Zeit. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht an mich heranzutreten. Dieses Dorf. Ja, okay. Gut. Das haben wir alles schon mal schon gehabt. Mhm. Ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich vergesse, sollte ich dir das hier geben. Jo, das Reckengewand. In alten Zeiten durften nur die fünf von Königshaus Hyrule ausgewählten Recken diese Kleidung tragen. Der Träger kann die Kraft von Monstern erkennen. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hat es meiner Obhut anvertraut. Du hast es einst erhalten, als du eine Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Okay. Das ist ziemlich cool. Ähm. Das heißt, wir sehen da jetzt die Lebenspunkte der Monster. Ja, ist schon cool. Okay. Jetzt schaut jetzt das so natürlich alles ein bisschen doof aus. Oh, vielleicht jetzt nochmal mit der Quatschen. Oh. Schauen wir mal, ob nochmal irgendwas anderes kommt. Interessant. Also, äh. Okay. Nein, dann probieren wir es nochmal. Vielleicht sagt es irgendwann was anderes, ne? Nein, was sagt es, Link? Nein, okay. Irgendwann. Irgendwann sagt es es. Aber cool, jetzt haben wir dieses Reckengewand. Äh. Vielleicht müssen wir jetzt die anderen Sachen ein bisschen umfärben, ne? Das ist, äh. Ist so ein bisschen doof. Jetzt pass auf. Was steht jetzt da noch? Äh. Ja. Tagebuch. Änderungsfotos, ne? Okay, ich muss noch elf Orte aufsuchen. Gut, das ist natürlich jetzt ein Hauptziel. Äh. Schwierig. Äh. Die verfluchte Statue. Das müssen wir jetzt eigentlich mal noch machen. Nein, das ist ein Nebenquest. Das ist ja anscheinend da in diesen, also bei Hateno in der Nähe. Das könnten wir jetzt mal machen. Das, finde ich, sollten wir jetzt auch mal machen. Da ist der Turm. Let's go. Und wir müssen wahrscheinlich dann wirklich die Sachen machen. ein bisschen umfärben nochmal. Ah, ich hätte das Reckengewand natürlich auch gleich verstärken können. Ah, vielleicht in der nächsten Folge. Wären wir sehen. Wären wir sehen. Nice. Okay, wir müssen in diese Richtung. Das heißt, dann müssen wir irgendwie ins Auge schießen, ne? Das, was leuchtet. Weil dann können wir gleich die Nebenquest auch ein bisschen absolvieren. Warum nicht, ne? Wir müssen mir nicht immer strikt der Hauptstory folgen. mehr, die ich schon gerne so viele Sachen wie möglich mache. Weil halt einfach das Spiel einfach schön ist, ne? Man erlebt viel. Ich muss auch sagen, das ist für mich die erste, das erste Spiel, wo die Open World einfach richtig funktioniert. Wo es nicht nach, wie sagt man da? Na, nach, äh, Aufgaben abarbeiten klingt. Oder, oder sich so anfühlt. So geht's nochmal. Oh, ja. Ciao. Na, also das fühlt sich da halt einfach nicht so an. Weil da hat man halt einfach Lust, dass man es macht. Okay. Also. Tschap, tschap. Da ist der Kerl nochmal, ey. Hey. Brechen wir die Untersuchung für heute besser ab. Mein Brillengestell ist aus Metall. Bei dem Wetter will ich kein Risiko eintreten. Hast recht. Also. Äh, ich gehe da auch mal ganz kurz schlafen. Bis morgens. Finde ich cool. Und dann werden wir in der nächsten Folge jetzt mal schauen, dass wir das, äh, die ohne Questa machen. Alles klar. Von dem her sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und da haben wir natürlich einiges vor mit Recken die Wand verstärken. Äh, diesen Schrein da anscheinend. Also anscheinend gibt es da wirklich ein Schrein. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ne. Lassen wir uns einfach überall hintreiben. Von dem her, macht es uns gut. Bis zur nächsten Folge. Habi die Ehre. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.